Wenn's klemmt und hakt, ist Guido gefragt. Kleinigkeiten wie klemmende Fenster und schleifende Türen erden ein enormes Frustpotenzial. Ich biete Ihnen regelmäßige Fensterinspektionen, Fensterreparaturen, Türreparaturen und Reparaturen von Rollläden. Warten Sie nicht zu lange. Eine kleine Reparatur am Anfang erspart Ihnen teure Ersatzmaßnahmen später. Ihr Tischler für Reparaturen mit dem Plus an Service. Möbelreparaturen, Instandhaltung und Co. gehören zu meinem Leistungsportfolio. Ich unterstütze Sie fachmännisch bei Holz- und Restaurationsarbeiten, Möbel- und Küchenmontagen, seniorengerechtem Umbau und bei der Kauf- und Bauberatung. Tischler-Service in Hameln gesucht? Tischlermeister Guido Hartmann ist für Sie da!